Das ist echt ein Kackler wie hier, ey. Wir werden auch wieder beschossen, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich höre nix. Ich sehe nix. Ich muss gleich brechen, ey. Boah, Angst. Ach, da oben auf der Plattform, da jetzt direkt über uns. Ja. Da laufen welche. Bam. Oh, jetzt hat's angehalten. Oh, ich sterbe. Ich bin unterwegs. Ich sehe dich nur nicht da bist. So. So, das Kraut müsste geholfen haben. So, wo bist du? Warum sind die da? Mann, ich wollte gerade sagen, der hat doch gar nichts. Hör auf, auf uns zu schießen. Sonst schieße ich dir was weg. So, da ist noch einer. So, sehe ich. Aber er sieht nix mehr. Gehen wir doch gleich mal hingucken, ne? Musik ist aber immer noch an. Am Ende könnte es haben so fallen lassen. Ja gut, weiter unten steht ja noch der eine, der an seinem Hebelchen da rumziehen wollte. Achso. Hebelchen. Ich höre Geschüsse. Geschüsse? Komm, komm! War das nochmal mit den Nachladen? Ähm, zielen und dann auf X. Aber du hast keinen, keinen, äh... So dumm, dass er das nicht einfach dann direkt nachlädt, wenn es auf dem Bogen liegt. Oh, guck mal. Hier ist wieder... ...ne Tür. Die Türchen. Oh, die sehen aber sehr futuristisch aus. Und der Rest vorher nicht? Nee. Nur die Tür. Riesige, sich drehende Plattformen, um Kapseln herum, um, 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 umringt von Kapseln. Ah, das ist normal. Habe ich mal im Garten auch. Ja. Das sieht komisch aus da vorne. Das sieht nicht mehr futuristisch aus. Außen, hui, innen, pui. Das ist Dreck, was man hier sieht. Ih, was haben wir denn da? Oh, eine Ruine. Das ist mir alles zu offen. Ausgrabungsstätte. Du denkst, Axella ist hier? Ja, Axella. Das ist die komische Tante, die... Die Axe, genau. Ist es die? Nee, das ist die Tante, die da gesagt hat, von wegen... Nächste Evolution... Nächste Evolution ist voll unhöflich, jemandem dazwischen zu reden, wenn man spricht, Mann. Von wegen, äh, nächste Evolutionsstufe und hast ja nicht gesehen. Hier ist noch Pistolenmunition. Ja, die nehme ich mit. Ich würde erst mal sagen, wir gucken mal, was hier so am Boden rumfleucht und kreucht. Ja, aber ich glaube, soweit... Obwohl, ich denke mal, wir müssen erst mal zu dem blinke Dings, die da... Hier ist Maschinengewehr-Munition. Und dann wird die Party abgehen. Ja. Ach, Mann. Hast du... Nee, hast du... Doch, du hast Platz. Komm mal her, ich habe noch fünf Shotgun-Munition für dich. Ja, Moment. Bin sofort bei dir. Was ist das? Gewehr-Munition? Ach, da kommst du. Äh... Da. Ich höre Geräusche. Ja, das ist, äh... Der Hausgeist. Der Hauskobold. Genau, der Haus... Mein Hausgeist ist das. Von der Innenseite verriegelt. Ah, da oben ist ein Kraut. Dann müssen wir aber erst mal... nach oben kommen. Wahrscheinlich schon da noch nach unten fallen. Hier ist ein Hebel. Da drüben war doch noch ein Hebel, oder? Ich glaube, da drüben an diesem... An diesem Turm ist irgendein Hebel. Komm, ich ziehe da mal dran. Weil es spaßig ist. Anscheinend gibt es keinen Strom mehr. Okay. Dann eben den Hebel da hinten. Da ziehe ich mich nach genauer. Ich höre mich wieder Geräusche von draußen oder von oben. Okay. Jetzt hat der da vorne Energie. Toll, supi. Ist immer so eine komische Kameraeinstellung. So und dann so ran. So und so. Da, da, da. So. Ich mach mal, ne? Was macht der Hebel, du? Aha. Aufzug. Können wir da beide mitfahren? Oder kann da nur einer mitfahren? Oder? Also ich sag mal so, zwei würden reinpassen, ne? Ja. Aber hier drin gibt es keinen Hebel. Deswegen schicke ich dich jetzt mal nach... Ich will nicht nach oben. Ja, dann lass mich nach oben. Nee, mach, mach ruhig. Okay, betätigen. Ab nach oben. Vielleicht ist oben ja auch noch ein Hebel. Ich glaub's zwar nicht, aber... Oh je, Kontrollpunkt. Ja, aber es ist doch schon mal ganz gut. Ist das ein Licker? Ja. Noch ein Licker. Die zwei sind bei dir da oben. Das ist ungünstig für dich. Mal gucken, ob ich durch das Gitter hier durchschießen kann. Okay. Kann mir nicht. Ich seh die nicht. Die sind so niedrig. Die sind so niedrig. Ja, ne? Oh fuck. Ähm, geh nochmal in den Lift. Mit möglichst zügig. Kacke. Äh, ich kann da nicht rein. Ah, kacke. Ach, da steht ein Kraut. Du hast dein Kopf in einem Stahlträger. Ja. Ja, gut, dass da ein Speicherpunkt war. So. Ja, guck mal. Erstmal ein bisschen Munition wegwerfen. Oder... Wie ging das jetzt nochmal? Entfernen. Genau. Entfernen. Entfernen. Ich bin gerade aber überlegen. Das Gewehr ist ja eigentlich schon ganz gut. Die Schrotflinte war eigentlich auch ganz okay. Kann dir das Gewehr nicht geben. Das ist schade. Naja gut, dann hast du's. Ich will das aber gar nicht haben. Und dann packst du dein Inventar. Ja, machen wir auch. Ich hab was mitgenommen, was ich nicht mitnehmen wollte. Ähm... So. Mehr Schaden für die Magnum. Die ich nicht mitnehme. Clever. Mhm. Tja. Ach, wo kann ich hier noch was hier verbessern? Ich glaub, das sieht alles sehr voll aus, ja. Ah, ich hab ja noch die andere Waffe da oben. Das ist da. Das ist IG 556 MG. Ah, hier kann man noch was machen. Ja. Hast du da jetzt zwei, ähm... Dingens drin? Ja. Dingens. Seit ich das Wort Ding kennen. Okay. Ja, weil du ja nur... Voll Sinn. Einmal Munition haben kannst, genau. Verwalten, Verkaufen, Verbessern. Mehr geht nicht. Das ist ein bisschen schade. Also, jetzt kann ich nicht mehr. Hat sich... Hat sich ausge... Ausge... Verbessert. Ausverbessert. Ausgebessert. Ausgebessert. Ja. So. Komm, lass mich mal hochgehen. Ja, bitte. Achso, erst müssen wir hier runterholen. Bäh. Guck mal, da hinten liegt nur Munition. Hab ich gar nicht gesehen. Ach, dahinter. Ja. So, dann überspringe ich das mal. Du hast ja Granaten. Du kannst ja versuchen, da wo dieser Gang da oben so eine Biege macht. Ja. Da kannst du ja versuchen, die Granate reinzuwerfen. Vielleicht funktioniert es ja. Eine Granate. Die Brandgranate. Zum Beispiel. Du musst mich noch hochfahren lassen. Nee. Nee. Bleib doch hier unten. Hier unten ist doch so viel schöner. Ist doch echt so. Man will sie überhaupt da oben. so. Kommt her, ihr Liquor. Dass ich euch mit meiner Schrotflinte begrüße. Say hello, tu mal wenigstens. Oh. Aua. Ich hab daneben geschmissen. Das ist ungünstig. Oh, ich lass es ungünstig. Komm schon, befreie dich. Ha. Sehr gut. Beide weg. Super. Was haben wir denn hier? Ein Löwenherz und eins Geld. Eins Geld. Ja. Komm ich da von hier aus schon da rüber? Kann nur springen. Das will ich aber, glaube ich, noch gar nicht. Hm. Sieht so aus, als müsste ich hier den ganzen Weg... Aha. ...gerade auslaufen. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Da, da an der Wand klettert er. Ja. Ich sehe. I can see him. Jetzt ist er hingefallen. Ich höre irgendwie... Sachen. Aber ich glaube, das ist die Musik. Ich hab den in den Popo geschossen. Haben sie nicht so niedrig? Weiß ich nicht. Aber die springen auch. Gefällt mir auch nicht. Hä? Ich soll mal viel Abstand nehmen. Dann die. Also ich hab schon ne Granate. Komm schon. Freilich. Nicht sterben. Oh, das war aber knapp. Das ist mir alles zu knapp hier. Dreh dich um. Lauf. Ich. Kann ich da nochmal reinhüpfen? Ja. Schon wieder daneben geschmissen. Du kannst auch den Lift runterholen. Hab ich gemacht. Sehr gut. Da stehe ich drin. So, jetzt nochmal von hier. Vielleicht. Wo sind sie denn? Oh nein. Oh nein. Warum? Ich wollte gerade sagen, warum kann ich mich denn nicht bewegen? Weil ich gestärbt bin. Wo kam der denn jetzt her? Aus dem Boden kam der. Cool. Also uncool. Aber. Ja, fertig. Sehr unproduktiv. Willst du nach oben gehen mit der Granate? Dann wirfst du vielleicht nicht daneben. Tja, können wir mal machen. Aber ich rüste die jetzt erstmal aus. Ja, das ist. Dann kann ich nochmal hier ausrüsten. Auf die Rückseite gehen. Kann ich nochmal die Munition holen. Hier rumschieben kann man das nicht, ne? Das ist total dumm. Nur mal ins Umverteilen? Ja. Ähm, doch. Das ging irgendwie. Sicher? Und zwar mit... Äh, Viereck. Oh. Nice. Okay. Ich bin soweit. Dann ab you go. Yay. Das ist das wirklich ein komischer Aufzug. Also ich würde sagen, das ist ein ganz normaler Aufzug, aber... Ja, aber mit so einem Ding, wo man drüber springen muss? Ja. Um Stolpergefahr zu vermeiden, weißt du? Wuff. Der ist aber weit weg geflogen. Bam. Der andere liegt da hinten noch, ne? Den sehe ich nicht richtig. Komm schon, fertig. Er hat nochmal so ein letztes... Oh, ich muss jetzt sterben. Einmal zucken für die Medien. Ja. Ähm, soll ich das andere auch noch auslösen? Dann stelle ich mich am besten hin. Die kamen ja hier hoch. Ja, kannst du machen. Äh, Granone. Okay. Solange die da an der Wand hochklettern, kann ich sie vielleicht ganz gut treffen, aber... Wie? Wie? Der hat jetzt vorab runtergeflogen. Ja, da kommt der Nächste. Warte mal. Da kommen die nächsten beiden. Wie? Sind die dann tot, sind die dann... Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was da unten ist, da geht es ziemlich tief runter. Ich glaube, das war es. Guck mal. Die Musik ist doch noch an. Vielleicht war das denn. Naja, vielleicht kommen sie aus der rechten Seite auch nochmal raus. Da ist nochmal ein Loch. Kann ich mir vorstellen, dass da nochmal was kommt. Säuregranaten. Oh, ich sehe da was glitzern. Dann schieß es ab. Ja, ich würde aber die Pistole dafür verwenden. Nicht unbedingt mein Gewehr. Ich gehe jetzt weiter, ne? So. Das ist Munition. Ja. Ich habe das hier am Auge. Nein. Kommt da was? Ja, ja. Aber die habe ich... Ja, ja. Denke ich unter Kontrolle. Das sieht so geil aus. Perfüllen. Okay, ich glaube, das war es vor jetzt. Okay. Zumindest aus den beiden Löchern da. So, und hier steht's. Oh, da hinten kommt noch einer. Den habe ich aber, glaube ich. Hast du? Oh, der ist nicht runtergefallen. Der kommt auf dich zu. Oh, das sind ja auch ganz viele, sind plötzlich. Wo kommen die her?